Aber wenn man das mit dem falschen Selbst und dem wahren Selbst versteht, und wenn man dann auch begreift, dass wir dahingehend konditioniert sind, an das falsche Selbst zu glauben, dass wir mit dem falschen Selbst total identifiziert sind, und dass viele Menschen aus dieser Identifizierung nie herauskommen, dann funktioniert dieser klassische Zugang zur Psychologie eigentlich ganz gut. Ob es viel hilft, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber wenn du die spirituelle Wahrheit verstehst, dann funktioniert die Psychologie plötzlich nicht mehr. Weil es natürlich niemanden gibt. Und wenn es dann niemanden gibt, wie kann man denn psychologische Arbeit mit diesem niemanden machen? Und deswegen bin ich einigen Psychologen begegnet, die ihre Erkenntnisse miteinander verbunden haben, ihre spirituellen Erkenntnisse mit ihrer psychologischen Ausbildung, und dann haben sie auf eine neue Art und Weise gearbeitet. Akkanzler Untertitelung des ZDF, 2020